Guten Tag, ich bin hier wiedergekommen und fragte dich wieder. Guten Tag. Sag, wo ist die Brüder? Die Brüder? Wo ist die Brüder? Die Brüder? Mein Auto, ohne einen VW-Zeichen. Wie wir uns sagen, dieses Auto bekommt sein Partner, sein bester Freund, und es bleibt in der Freundin. Wenn ich Tochter mache, dann heiraten, dann bleibst du in deiner Familie, so ungefähr. Die wohnen da oben. Tust an, man. Oh, um Kato der Antenna. Ruadische Spezialität. Hab mein Cousin gemacht. Toi, mua, Kat. Oh, ey. Ey, du grüßt, ist der Novo, jo? Scheiß Grieche. Grüezi. Tu, Ulas. Je Bambi, Maiko. VW, GF2, Novo 2. Je Bode Dieter. Das ist Familie, oder? Familie Novo, ist der Novo? Ja. Auch Passat. Sein Audi ist schon verkaufter Idiot, kannst du sagen? Ja, super Audi animal. Perfekte Audi. Und jetzt? Und jetzt? Zalag Passat. Ey, Jenska, gde? Jenska. Möchtest du fragen, Petra? Petra. 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 Winky, Winky. Juhu. Juhu. Ich trage mal, wenn ich ein Zeichen mache. Schlüssel hast du ja nicht da, gell? Was? Hier unten. Doch, ich habe alles da. Aber hast du nichts dazu Staubsauger gemacht, oder? War das schon so Staub, oder? Ja. Ja. Ja, du bist ja immer Staub, oder? Ja. Das war jetzt eigentlich ein Magno. Sehr Magno. Ich habe es verabgemacht. Ich tue mir, Herr Schiff. Nicht da. Ja. Und hier, mein Gurec. Mein Gurec. Mein Gurec. Mein Gurec. Mein Dabben. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.